Hey Leute, wir sind auf dem Kanal die Hosenlosen Dosen und heute machen wir ein Alles-Ok-Battle. Also ich bin USA, I am Kanada, er ist Kanada und ich bin Lettland. Lettland, aber er wollte Lettland sein und deswegen geht es jetzt los. Also erst ich und USA gegen Kanada, danach, das ist Niklas und ich bin Simon. Dann machen wir als erstes USA gegen Kanada, dann USA gegen Lettland und dann Kanada gegen Lettland. Wer am meisten Spiele gewinnt, der hat gewonnen. Aber es gibt auch keine Bestrafung. Nein, die zwei Letzten müssen aber den letzten Platz unter sich ausmachen. Okay? Dann wir sehen uns ins Spiel. Los geht's. Jetzt rein und strategieren, bearbeiten, machen wir mal. Wir machen als erstes hier, hier sind die rein. Unitskostüm. Alter, wie dumm. Alter, wie dumm sind die? Wir tauschen. Digga, nein, wie dumm sind die bitte? Wer? Ja, die, die, das schon gar nicht. Also, ähm, ich möchte mal sagen, warte, das hier, das da, also das da, also das rechte Team, nee, das linke Team, sorry. Das linke Team ist mein Team. Das linke Team, das linke, das ist mein, ja. Das, ja, ja, das rechte Team ist meins, das linke ist jots. Ja. Und Simon ist natürlich auch noch da. Oh mein Gott, ich habe einen 93er Keeper. Ja, Leute. Das ist ein Schiffchen. Erste. 94. 98. Ja, sie. Ah, dann gucke ich mal bei. Sehr, sehr, sehr. Wow. Digga. Oh. Ja, 92er. Ah, million. Kannst du hier denn gleich rein sein? Ja. Ja, kann ich bei. Das. Ey, Verteidigung, Brata. Ich guck mal. Den will ich mal tauschen. In. Nee, Quaspi, Bruta. Tamares, Digga, ja. So ist das am besten. Und gleich, wenn die fertig sind, geht's los. Ey, wie geht's los? Ja, stimmt eigentlich. In unserem Spiel. Aber du bist danach dran, ja. So, ne? Also. USA ist jetzt fertig. Nein. Gleich. Nein, lass es aber nicht. Ach, machen das, ja. Ist doch zu lange. Nur das Erste. Eins, zwei, zwei. Aggressiv einschellen, ja? Oh, nein. Wir machen davon gar nichts. Gar nichts. Ja, okay, bei mir war es aggressiv. Ja, dann mach ich. Okay. Mach auch aggressiv. Warte, Strategien war alles. Noch ganz kurz. Also, ich, ich hier, bin fertig. Und er muss größer. Ja, okay, dann mach ich das auch. Weil das ist schlau dann. Was ist denn? Mach alles wie du. Halt doch an da rein, das ist scheiße. Ja, okay, ich guck dir nicht ab. Nein. Okay, ich bin fertig. Ich auch. Kanada gegen USA. USA gegen Kanada geht jetzt los. Noch nicht. Ja, okay. Die Zeit, wo wir uns vielmals spielen sollen, weil das wissen wir ja schon. Ja. Was war Bulli? Ja, Bulli, ähm, hier. Ähm, hier nach unten. Also, wer oben ist, muss nach oben machen. Und wer unten ist, muss nach oben machen. Ja, das sind die so dummen, ähm, Moderator Mike Emmerich und Eddie Olschkwing. Und jetzt werden die besten Spieler von, also die besten Spieler von mir. Und von mir. Nein, dann haben wir nur der Tochter gezeigt. Oder nur dein Spieler. Und dein Tochter. Also, wir reden jetzt über einen von uns. Ja, die labern jetzt auf Englisch schön was. Und wir verstehen nicht. Ja. Wir sind doch Kinder. Aber okay. Ja, jetzt gleich geht's los. Und dahinter an steht Klapp, 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 Klapp. Er soll klatschen. Ja. Ja. Klapp ist Englisch. Ja, boah. Das war mein bester Spieler. Ja, 6. Ja. Tore 33. Assist 29.62. Und meine? Nein, Torretan. Ja, und Quick. Bilanz. 212. 170.0. Geblada. 170, äh, unentschieden. Ich war da 12 Siege und 0 Niederlagen. Das ist schon okay. GTS 2.0. Und jetzt kommt. Mein Carrey Price. 223 Siege, 179, ähm, unentschieden und 0 Niederlagen. Das sagen wir mal. Und, ähm, Sponsor, Honda. Hat jeder. Von beiden. Schade. Okay, ich muss jetzt nach oben machen. Jetzt start. Korsi. Sind die Korsi. Ja, das ist eigentlich klar. Das fehlt ja nichts. Äh, wie passt Martin? Kann. Mit A. Achso. Also mit X für mich sozusagen. Bodycheck. Mit X für dich. Ja, bei mir ist es ja. X passen bei dir? Ja. Nein, ich meine, nein, ich meine bei mir zu Hause X. Ja. Ja. So jetzt, der M.G. ist 4. Ja. So schießt man oder so. Bodycheck so, ne? Bodycheck. Ah, Bodycheck hier. Ich dachte, du kennst die. Nein, ich kann es. Und wenn man den Pass, dann USA-Hook besitzt. Äh, okay. So kann man auch schießen wie du bei deiner PS4-Spiel. Jetzt kann er da. Ja. Tor USA. Und USA. Der Start hat plötzlich bei mir Kaps begonnen. Scheiße ist das. 3 Minuten und 8 Sekunden gespielt. Nein, 2 Minuten und 8 Sekunden. Äh, stimmt. Er kann doch nicht rechnen. Er ist auch in der ersten Klasse, okay? Okay, der ist vierter. Ich bin nicht erste. Ha! Der kennt's auch noch. Ich bin nicht erst, wir sind zweite. Der hier. Ja, trotzdem ist er schlecht im Recht. Der hier. Der ist vierte. Ich bin auch vierte. Der ist vierte und der ist zweite. Ich bin nur wieder riesig. Ich bin sozusagen die besten Kumpels in der Klasse. Ne? Er hat Quatsch gelabert. Quatsch mit Soße hat er gelabert. Feiertzaun. Oh, Jake. Mann! Mann! Puck Check macht man übrigens mit X. Auch Kanada haben Puck besetzt? Nicht mehr. Du musst nicht lernen, das Spiel erbern. Boah! Soll ich spiele nicht. Scheiße. Ich bin ein... Ich bin gleich vertretener Moderator. Ja. Ja, stellvertretender. Boah! Habt ihr das gesehen in meinem Leben heute? Huuuuh! 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 Das ist gerade runtergefallen. Ja, okay, das ist was ganz anderes. Und der Torhüter von Niklas hing im Torhüter von Niklas hing im Torhüter. Er ist halt zu dumm. Er triff nie den Puck. Gar nicht. Und ein Moment an, die ihn dumm schiebt. Ja, Klasse. Der den sich nur mal in den Weg fährt. Ich weiß nicht, man zieht nicht an. Ist egal. Ich sag's halt auch nicht. Oh, oh, Crosby! Crosby schafft kein Tor! Oh! Kontermöglichkeit für die USA! Sie geht nach innen! Sie schießt! Nein! Chance für die USA. Und nicht das Tor schießt der. Ja, so gut. Oh, oh! 1, 1. Und 1. Ich hab mich auf den Bauch geworfen. 1, 1. Achso. Kanada hat dann schon... Welcome! Ich hab mich dann als... Alter, das wär schon fast so... Und so für die Hand. Wir müssen gleich auch mit nem Spiel mal ganz kurz Pause machen, weil wir dürfen nur 15 Minuten draufnehmen. Und wir haben schon 10 Minuten. Es ist halt nur 5 Minuten, dann ist erst mal Pause. Gut, aber dann kommt direkt das neue Video. Ja. Also, die Fortsetzung. Ihr müsst euch nur knappe 4 Minuten, nur knappe 2 Minuten gedulden, bis ihr unser neues, starkes Video seht. Also, die Fortsetzung dieses... Also, ähm... Also, ähm... Ähm, wir dürfen halt nur 15 Minuten, ähm... Drehen? Drehen und dann... Dann ist kurz der Drehplatz und dann geht's direkt wieder weiter. Und wenn ihr auf den Weiter-Klick-Button drückt, dann kommt das Video hinten dran. Sozusagen. Ich hab auch viel zu viel. Und was für ne Parade. Von meinem Goalie. Und außerdem, er ist kein 17, sondern... Ähm... Nicht 17, sondern... Ähm... 16. Ich hab kein 17. Ich hab aber 17. Oh, ist klar. Und ich hab noch FIFA 17. Und ne PS4. Wo? Ich auch. Ich hab nicht mehr. FIFA 17. PS4? FIFA. Hm. Wir überlegen gerade, ob wir auch gleich FIFA noch drehen sollen. Können wir vielleicht machen. Ach, vielleicht. Wenn ihr's wollt, schreibt das in die Kommentare. Was mach ich hier gerade? Ich hab ne... Wo? Und... Natürlich ein Daumen nach oben. Nein, nach unten. Nein. Wenn wir 10.000 Dislikes schaffen, machen wir... Hier, Daumen nach oben. Machen wir ein Bestrafungsvideo. Ja. Wenn wir... Warte, wenn wir 10.000 Daumen hoch kriegen, dann... 1.000, kein 100, sondern 1.000, machen wir ein Bestrafungsvideo. Boom. Was haltet ihr davon? Eine sehr gute Idee, ne? Ja. Ich weiß auch schon, dass ich für eine übel Strafe... Nehme. Ja, ich auch. Dann machen wir noch, ähm... Ja, vielleicht auch nicht. Wir müssen erst mal 10.000 Daumen nach oben. 1.000. 1.000. 1.000. 2.000. 2.000. 2.000. 3.000. Und jetzt ist auch Video-Pause. Nein. Oh, 3 Minuten. Noch 3 Minuten. Wir haben gerade vor... Noch 2 Minuten. Noch 2 Minuten. Jetzt ist hier erstmal ein bisschen der dritte Pause. Hier. Die Statistiken. Ton. Dann hat ein Schuss insgesamt mehr. Okay. Jetzt sind nicht viel. Noch 2 Minuten. Dann gibt es erstmal... Danach gibt es ein neues Video. Ach, nee. Boah, wir sind die dumpfsten Nettfels. Ha, ich hab' gewonnen. Halt die Schnauze. Warum? Abseits. Schiefe aufs Tor, da gibt's Schlägerei. Wollte ich doch. Du scheiß Arsch. Du durfst alles. Ja, ja, ja. Der hat schon mal Arschissen bekommen von mir. Ja. Und das hat sehr, sehr wehgetan. Und ich hab noch nicht mal ganz hart geschossen. Nur einmal. Ja, und das hat sehr, sehr wehgetan. Vor allem, ich hab getroffen. Ja, und frag dich, wie? Genau. Verwiegene Zielscheibe, du hast die Mitte getroffen. Äh, dein Arsch ist auf der Zielscheibe. Halt die perfekte Schnauze. Das ist so ein bisschen. So schlimm. Das muss dann nur noch in YouTube. Ach, nee. Deswegen drehen wir uns. Oh, das ist ein Video. Ja, 2,1. Ähm, meint's gerade. Das muss, das muss auf YouTube. Na klar, stellen wir das auf YouTube. Kommt erst mal. Und lassen wir jetzt. Wir machen Pause. Weil wir müssen noch. Tschau, Leute. Und. Tschau. Verabschieden uns. Dann. Tschö. Mit dem. Mit der Kuchen Zollandrücke. Der. Und dem Kölner Dom. Kölner Dom. Tschau, Leute.